Ja, ich musste das Döschen jetzt von oben rein tun, weil die Öffnung da ist um drei Millimeter zu klein. Und jetzt holen wir mal das Fleisch und schauen, was passiert. Da ist der Lagerplatz für den Mais. Und gucken wir doch mal, ob das von der Hitze her ausreichend ist. Denn die Idee wäre natürlich auch, eine solche hohe Dose einmal mit diesem Graphitschaum zu füllen. Und eben als Sicherheitsbrennspiritusbrenner für Hobos zu verwenden. Ist halt auch machbar. Ich glaube, ich werde mir mal so einen Schwamm bestellen müssen. So, ich habe jetzt das Wasser etwas abkühlen lassen. Ich erkläre euch gleich warum. Weil in der Bedienungsanleitung steht halt drin, dass man 375 Milliliter Wasser zum Kochen bringen soll. Dann vom Herd nimmt, 125 Milliliter kaltes Wasser dazu gibt. Dadurch senkt sich die Temperatur und dann dieses Pulver einrührt. Jetzt haben wir hier genau die Hälfte. Also ich nehme 250 Milliliter Wasser und lasse es aufkochen und warte dann aber ab, dass es etwas kühler wird. Das ersetzt dann halt das Zugießen von kaltem Wasser. Und wie ihr seht, zack, habe ich hier mein Kartoffelpüree. Mh, lecker. Und jetzt kann ich hierzu noch, das ist dann die Idee, das hier geben. Das muss ich mal ein bisschen anders machen. Du hast es heißen. So habe ich, ich kann das natürlich auch noch würzen. Und dazu hat mir die Steffi, diese beiden Mini-Gebürzmügel geschickt, total cool. Hier habe ich grünen Pfeffer drin, hier Salz. Und ich könnte das jetzt auch noch würzen. Aber das mache ich eigentlich nur beim Fleisch. Ich soll euch nur mal zeigen. Es geht also sehr exklusiv. Auch mit dem Pfeffer funktioniert also klasse. Jetzt wird das nur noch untergehoben. Und schon kann ich das eigentlich auch schon als komplette Nahrung betitulieren, wenn ich das möchte. So, bleibt jetzt erstmal stehen. Ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen warm. Das Fleisch ist noch nicht so weit. Und da ist halt die Idee jetzt zu sagen, man geht einfach hin und trocknet diesen Mais. Erbsen und Mürn oder wie auch immer. Oder Champignons. Und gut die dann da mit bei. Dann habe ich eigentlich ein wunderbares Essen. Ja, und schaut tatsächlich diese kleine Dose. Das ist ja dieses Format hier. Mit Brennspiritus gefüllt. Er setzt wunderbar den Trangia. Hätte ich nicht erwartet. Aber ist natürlich eine schöne Sache. Also ich werde jetzt mal hingehen und diesen Grafittschaum hier besorgen. Und schauen, dass ich eine Dose in dem Format mit schraubbarem Deckel kriege. Den Grafittschaum da rein. Und dann ist das mein neuer Dosenbrenner für den Hobo. Und der ist dann auch noch umkippsicher. Das ist natürlich eine coole Sache. Ja, mein Dreibein, den Stuhl habe ich mir jetzt hier als Tisch gemacht. Und ihr seht, also ich bin erstaunt, dass man mit solchen einfachen Mitteln doch sehr weit kommt. Und so fühle ich mich jetzt auch mit der Verwendung dieses Security Brenners sicher. Okay. Und das andere war jetzt improvisiert. Aber das hat, denke ich mir, das ist ausbaubar. Es gibt ja den Schweizer Notkocher H71, der ja mit Brennpaste arbeitet. Auch hervorragendes Ding. Hervorragend sicher. Nur, in Deutschland, ich weiß nicht warum das so ist. Aber du bekommst in Deutschland nicht diese Brennpaste, wie sie in diesem Schweizer Notkocher H71 verwendet wird. Mir hat damals jemand aus der Schweiz einmal Brennpaste zugeschickt, die eben den Namen Brennpaste auch verdient hat. Denn das, was es in Deutschland gibt, ich weiß nicht warum das so ist, aber das ist mehr so dickflüssiger Gelee. Das heißt, diesen Sicherheitsaspekt beim Umfallen nicht ausläuft, den hast du bei diesem Zeug überhaupt nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, warum das so ist. Keine Ahnung. Also ich werde jetzt nächste Woche auf jeden Fall eins machen, dass ich schaue, dass ich so ein Grafitfilz mir bestelle. In so eine kleine Dose einbauen. Und mir dann anschaue, wie safe das Ganze ist. Ob der auch tatsächlich in der Lage ist, das zurückzuhalten, was er aufgenommen hat als Schwamm. Aber ich bin da guter Dinge, dass das funktionieren wird. Es gibt nichts schöneres, als einfach sein Abendessen mitten im Wald zu genießen. Da geht einem einfach das Herz auf. Das ist einfach nur cool. Ja, okay, sorry, ich habe euch jetzt hier kein super tolles Zubereitungsvideo gedreht. Das können aber andere viel besser als ich. Ich muss nach dem zweiten Stück Fleisch schauen. Nein. Aber ich habe gleich was für dich. Also gerade wenn du auch auf Wanderungen bist oder so. das schnell zubereitet, einfach zubereitet. Du brauchst nur den kleinen X-Boil eigentlich. Und einen Topf, der da drauf passt. Machst dir die 250 ml heiß, kochst die. Warte es dann nach fünf Minuten ab, dass sich das wieder abkühlt. So dass du in etwa diese Temperatur hast, wie gewünscht. Schüttest das Pulver rein. Und hast eigentlich da schon ein komplettes Mahl. Also ich mache es ja so, in einem Beutel sind 500 Gramm drin. Ich teile das auf 250 Gramm und habe das dann in diesem kleinen Gläschen drin. Das reicht mir aus. Ich glaube aber, dass du als vollwertige Mahlzeit nimmst, brauchst du wahrscheinlich mehr. Mir schmeckt es und ich glaube der Lola auch. Die darf gleich die Reste haben. Und ausstecken. Ja, den Topf von Eagle Products habe ich natürlich auch mit. Den Wassertopf. Den hätte ich mir eigentlich sparen können. Und hätte besser mal den Trangia eingepackt. Aber gut, so ist das nun mal. Aber ich mag den einfach. Der hat ein irgendwie total geiles Design, dieser Topf. Da hast du den Tisch. Darunter habe ich auch noch Rempel. Und Lola wartet auf die Nacht. Ich habe jetzt gut gegessen und werde den Abend also ausklingen lassen. Ich werde mich noch ein bisschen hier hinpflanzen und der Natur lauschen. Das ist so schön. Und dabei geht noch die Sonne unter. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut sehen kann. Ich bin total zerstochen. Also da muss ich mir noch etwas einfallen lassen, dass ich in Zukunft auf solche Dinge achte. Und mitnehme. Ich bin ein bisschen überstürzt, aufgebrochen heute. Es ist relativ spät geworden und ich wollte eigentlich schon heute Mittag hier sein. Aber gut, es gibt halt Dinge, die sind halt so, wie sie sind. Kann man nicht ändern. Ja. Ja. Ah. Guten Morgen. Kurz nach halb sieben. Und es war keine gute Nacht. Aber mehr erzähle ich euch gleich. Ja. Ja, liebe Leute. Guten Morgen. Ja. Wie soll ich es erzählen? Ihr bekommt sicherlich die Stimmung mit, die gerade hier herrscht. Das ist jedes Mal eine absolute schöne Stimmung. Wenn du nach so einer scheiß Nacht aufwachst. Die Stimmung trügt. Was ist passiert? Ja, wir sind natürlich auch in einem urbanen Raum. Und die nächste Ortschaft, die ist auch nicht so weit weg. Die liegt am Ende des Tales. Ja. Und gestern Abend gab es da eine Party. Ich glaube nicht hier direkt in der nächsten Ansiedlung, die hier ist. Sondern das wird weiter da hinten gewesen sein. Da gibt es eine größere Ortschaft. Und so ein, zwei Kilometer Entfernung. Ja. Und das war das eine. Du hörtest also die ganze Nacht bis halb fünf immer einen wummernden Bass. nicht sehr laut, weil es ist ja recht weit weg. Aber, boah Leute, ich konnte nicht schlafen. Und das andere war die Landwirtschaft. Die Landwirte, die haben bei dem guten Wetter Heu gemacht. Und die fuhren dann also die ganze Zeit, die ganze Nacht mit ihren Transportern das Heu von den Feldern. Und das konntest du also hören, diese riesen Traktoren. Es war tatsächlich für die Verhältnisse hier ungewöhnlich laut. Und so hatte ich keine ruhige Nacht. Ich bin also kaum eingepennt. Bin immer wieder wach geworden. Hab mich gewälzt, weil einfach die Geräuschkulisse sehr laut war. Und ich bin jetzt also so richtig durch. Ja. Ich würde mir jetzt ein Käffchen machen. Dann langsam zusammenräumen. Das Ganze hier noch genießen. Dann geht's nach Hause. Sind jetzt kurz vor sieben. Ich denke mal, dass ich so gegen neune dann zu Hause sein werde. Jetzt einmal unter die Dusche. Und dann werde ich mich wirklich noch für zwei, drei Stündchen mal hinlegen. Weil ich komme mir vor, als hätte ich die Nacht durchgemacht. Ja, das sind halt Sachen. Wenn du hier im tiefsten Brandenburg bist oder irgendwo im tiefsten Sauerland. Oder halt da, wo die Bevölkerungsdichte halt geringer ist, dann wird dir sowas kaum passieren. Aber hier ist es durchaus möglich. Das ist das erste Mal, dass es so eine massive Störung gab. Und ja, solche Dinge passieren. Seid mir nicht böse, dass ich jetzt einfach das hier abbreche. Ich wollte ja noch ein bisschen länger hier sein. Aber ich fühle mich so neben der Spur, dass ich jetzt einfach erstmal nach Hause gefahren werde. Und ja, schauen muss, dass ich wieder fit bin. Morgen ist Montag und spätestens da muss man wieder fit sein. Ja, das war der erste Overnighter im umgebauten Camp. Tja, manchmal kommt es halt anders, als man denkt. In diesem Sinne viel Spaß im Wald und auf der Flur. Respektiert die Natur. Bis dann. Bye-bye. Euer Dietmar. Ciao.